Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meiner SSO Review von der Woche 27.02. bis 5.03. Im Hintergrund seht ihr mal wieder ein paar Bilder der vergangenen Streams der vergangenen... der Streams? Nicht der vergangenen Streams, also ich meine sie sind ja auch vergangen, aber wie auch immer, der Streams der vergangenen Woche. Und die Review mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit der lieben Damakash. Hallo Xim! Hallo Dana! Na du, wie war deine Woche? Gut, gut. Ja, wir haben März jetzt und Aprilwetter. Es ist lustig, aber ansonsten sind wir sehr gut. Ja, finde ich auch, das stimmt. Ja, obwohl gestern war mega warm hier. Ja. Hier war echt Sonne und ah, das war so toll und ich bin trotz Erkältung, weißt du, ich war... Ich hänge ja wie so ein Schluck Wasser in der Kurve im Moment, ne? Und dann bin ich dann draußen rum und habe die Sonne aber genossen. Ja. Also das war schon echt schön trotzdem. Und ich finde das so schön, du gehst durch den Garten und die ersten Krokusse kommen aus dem Boden und so, ne? Ja, es passiert einfach. Natur kommt wieder. Huch! Yay! Yay! Ja, und der Monday-Fun-Day kam auch wieder. Ja. Und ja, wieder zwei unterschiedliche haben wir zu präsentieren. Fangen wir mit dem an, der auf Facebook ist, oder? Genau, von der Mira Moonhaven. Genau. Und ich habe das gesehen und habe als erstes gedacht, weißt du, wie das aussieht? Wie die alten Comic-Zeichnungen von früher. Ja, ja, sehr, sehr süß. Ich finde es total schön. Also, ne? Ist wieder was anderes. Ich finde es total niedlich gemacht. Ja, ich finde es auch echt niedlich. Ich finde es auch echt süß, muss ich sagen. Mir gefällt es auch vor allen Dingen, weißt du, was mir cool gefallen hat? Das Beste ist die Mütze, weil man die genau erkennt. Stimmt. Weil du genau weißt, welche Ingame-Mütze das ist. Ja, ja, ja. Was ich total niedlich finde, ist einfach der Blick auch von dem Pferd, ne? So dieses total niedlich-treu-dof so ein bisschen, ne? Ja, das ist ja klasse gemacht. Schönes Monday-Fun-Day, muss ich sagen. Also, zumindest einfach so der Niedlichkeitsfaktor. Den Wow-Faktor hatte ich dann eher so auch auf wieder mal Insta und Twitter, ne? Ja, ach, das ist ja wieder, das ist auch super toll, ne? Das ist halt ein ganz anderer Stil, ne? Ja, genau. Das ist sehr schön, das stimmt. Von der Elisabeth Skystone. Genau. Das ist auch echt niedlich. Also, das hat mir auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Also, das mochte ich auch sehr. Ja, das war der Montag. Ja, das war der Montag. Dienstag lassen wir aus. Ja, da war wirklich nichts. Da war ja wieder mal nichts. Genau. Aber dann kam der Mittwoch. Und ich frage jetzt mal, wie ist denn so das Update? Weil, ähm, ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja. Wenn man so auf Bäcker steht und so und ein Brot in der Satteltasche haben möchte. Ja, nun, es ist halt wieder mal, wir müssen wieder Ruf farmen, ne? Ist natürlich für viele, die hören Ruf, dann sträuben sich ja schon sämtliche Nackenhaare, ne? Und, ähm, ja, ein reines Epona New Hillcrest-Championat. Nein, Update. Was natürlich wieder für alle ätzend ist, die da nicht hinkommen, ne? Ganz klar, ohne Frage. Die hatten kein Update im Endeffekt. Also, mich wundert das zum Beispiel auch, es gab das ja schon immer, seitdem ich spiele, ne? Dass du immer mal so Quests hattest, mit der Alberta zum Beispiel, ne? Ja. Also, das war ja da auch da oben die Ecke. Bin ich ja auch nicht hingekommen. Ich persönlich hab mich da nie dran gestört, weil es ja immer, ach, und dann gab's da neue Klamotten zum Gucken und so. Und es gab, weißt du, das ist auch nicht viel, ist schon klar, weißt du, ich mein, hat man auch nicht immer was gekauft, aber man hatte so das Gefühl, man ist nicht vergessen worden. Ich glaube, das, was mich stört, ist nicht, dass das ein Epona ist. Ich wünsche allen ganz viel Spaß dabei, das zu spielen, weißt du, ich komm da früher oder später hin. Was mich stört, ist das Gefühl, von Star Stable vergessen worden zu sein. Dass die gesagt haben, du als Spieler, der zwar geldbitter, interessierst mich gar nicht. Und das ist jetzt nicht das erste Update, es sind ja schon mehrere Updates hintereinander gewesen. Und auch das nächste, die Pferde, wo werden die stehen? Ach, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, es werden wohl neue Pferde kommen am Mittwoch. Ja, richtig. Ja gut, wir wissen es, bei zwei wissen wir es, ja. Ja, ob die jetzt nächste Woche schon kommen, wissen wir nicht hundertprozentig. Das wissen wir nicht hundertprozentig, aber wo sie stehen werden. Aber ich denke schon. Also da haben wir einmal diesen Easy, den schwarz-weiß-gescheckten, der eine holländische Spielerin gesichtet hat. Das lief über ihre Instagram-Timeline. Der steht in Hugh Hillcrest, klar. Ja. Damit ist er raus. Dann gibt es ein Paint, also ein Tuvero, Vero, wie auch immer, geschecktes Border Horse. Das steht tatsächlich bei Marley. Ja, aber, ja, gerade das ist das, wo ich sage, ach ja, nee, brauche ich eigentlich jetzt nicht. Genau, das geht mir genauso. Und ich bin mega, vor allem, ich bin mega gespannt, um mal kurz abzuweichen vom dieswöchigen Update oder letztwöchigen, ich bin mega gespannt, was wird Pferd Nummer drei sein. An e.V. wird es. Ist es sicher? Also ich habe, ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, aber mir wurde es von mehreren Seiten zugetragen, dass ein neues E.V. kommt, ja. Aha, okay. Weil ich nämlich wirklich überlegt habe und auch mit anderen noch überlegt habe, was für ein Pferd gibt es in Star Stable, was man noch als Scheck rausbringen kann. Da gibt es ja nicht viel. Also ich hörte ein E.V., aber, weißt du, ich habe es halt auch nur, mir ist es halt zugetragen worden, ob es dann so ist. Bilder habe ich keine gesehen, ne? Ja, ja, ja. Und auch das würde natürlich in New Hill Crescent stehen. Stimmt, ja. Deswegen, also, ich sage ja, ich fühle mich echt, es tut mir leid, ich fühle mich vergessen. Das ist jetzt, ja, es sind einfach, das Valentins-Update, okay, ne, da konnte ich schon machen. So ist es, also da hatte ich auch genug, so bin ich auch ganz happy gewesen, auch wenn ich das mit der Castring nicht machen konnte und so. Aber auch die Updates davor, wie oft haben wir hier gesessen und ich habe gesagt, ja, hm. Ja, ja. Ja, und das war bei diesem wieder so, ja, irgendwie meh. Ja, und was sie ändern, und das finde ich gar nicht mal so schön, sie hatten ja jetzt den Wandermarkt, dann bringen sie vier Seiten Western-Trensen. Ich meine, okay, nice to have und ich habe auch gut zugeschlagen und gekauft. Ja. Aber vorher war es wirklich so, du hast ja eigentlich jede Woche einen Grund gehabt, mal in Shoppingcenter oder nach Jorvik City zu düsen, in irgendeinen Shop, um mal zu gucken. Und eigentlich hast du immer so ein bisschen Geld irgendwie liegen lassen, ne? Ob jetzt Schillinge oder Starcoins, wie auch immer. Ja, aber irgendwas gab es immer, was niedlich war, wo du gesagt hast, ach komm, nehme ich mal mit und finde ich jetzt ganz schön und ist neu und ja. Ja. So, und das ist komplett weg, ne? Dann bringen sie dir mal zwischendrin einmal den Wandermarkt mit, wie gesagt, vier Seiten Western-Trensen. So, und dann kommt wieder nichts mehr. Und jetzt war ja wirklich dieses Update, Pferdemarkt kommt erst nächste Woche, also diese Woche in Fort Pinter wieder. Ja. Ja, ansonsten Shopping für Wecker, zwei neue Shops, die du dir erst freispielen musst, ne? Also die stehen da, du kannst gucken und sabbern, aber, oder nicht sabbern. Ja. Aber du musst erst den Ruf haben, um da einkaufen zu können. So, und das war's. Wie lange ist denn die Quest-Reihe dann? Also ist es wenigstens eine schöne Quest-Reihe oder ist das auch so was, wo du denkst, ja, die fünf Minuten warten wir auch irgendwie nicht. Also ich hab's ja jetzt als Let's Play gemacht auf meinem Kanal. Das ist, glaube ich, ein Video von einer Viertelstunde. Ein Video. Und da hast du ja jeden Text vorgelesen. Okay. Also, ähm, nichts letzten Endes. Im Endeffekt ist es schon wieder nur, mach etwas, damit du wieder hier was hast, wo du wieder bezahlst. Ja. Es ist wirklich ähnlich, sag ich mal, die hast du ja auch gemacht wahrscheinlich, die Jovic City. Die, ähm, Pferdezubehör-Quest, diese Shop, diese Shop-Eröffnung. Nein, die konnte ich noch nicht machen, weil ich war mit Mantys Schwester noch nicht, ähm, noch nicht so weit. Ah, okay, aber das ist auch so was, wo ich mir gesagt hab, naja, jetzt habt ihr das ein bisschen nett verpackt, weißt du? Ja. Nicht gesagt, hier hast du einen neuen Shop gekauft, sondern ihr habt's ein bisschen mit einer fünf Minuten Quest oder zehn Minuten Quest davor verpackt, dass wir jetzt einen neuen Shop haben, wo wir doch dann bitte einkaufen gehen sollen. Ach ja, ach Mensch, also ich weiß auch nicht, ich find das echt so schade. Also wenn ich das vergleiche mit dem, wo ich mit Star Stable angefangen hab, zu dem letzten Update, hab ich persönlich einfach das Gefühl, und das soll jetzt kein Gehate sein, vielleicht geht mir das auch nur so, ich weiß es nicht, aber ich hab einfach das Gefühl, dass die Qualität der Updates nachgelassen hat. Ja, ja, und ich muss sagen, ich meine, ich spiel's jetzt bald zwei Jahre, und ich spiel's nach wie vor total gerne, aber ich finde, alles, was neu kommt, geht immer mehr in die Richtung, hier, Star Coins und hau raus, und es gibt immer mehr Sachen, die du nur für Star Coins kaufen kannst, und, ne, wie jetzt auch ganze Geschäftsinhalte in New York City. Ja, und das war einfach damals nicht. Da gab's, für mich, als ich, ich weiß noch, relativ frisch angefangen habe, da gab's in Moorland das Moorland-Set, ne, was ich super, super schön fand, was aber halt wirklich auch nur für Star Coins zu kaufen ist. Ja. Wo ich lange hin und her gehandelt hab mit mir selber, kaufst du's, kaufst du's nicht, und dann bin ich da rumgeschlichen, ne, und nochmal geguckt und so. Und das war so ziemlich eins der wenigen Sachen, wo du sagen musstest, okay, wenn du's haben willst, musst du Star Coins hinlegen. Ja. Und ich finde, das wird immer mehr, und es wird immer mehr dieses, wie jetzt auch diese Quest oder auch diese Jovic City Quest, ne, hier hast du ein paar Minuten Quest, um den Shop zu eröffnen. Das heißt, der Shop, der dann da eröffnet wird, beinhaltet Gegenstände, die ich dann auch nur für Star Coins kaufen kann. Unter anderem, also es gibt wieder zwei Pads für die Satteltasche, und ich glaube, eins kannst du davon mit Schilling kaufen, das andere nicht, und dann gibt's wieder Kleidung, alles so ein bisschen auf Bäcker ausgelegt, ne, mit Schürzen und Bäckerkleidchen und sowas. Aber es ist halt wieder viel, und es ist alles nicht so wirklich billig, ne, also es ist viel wieder was, was du entweder sehr teuer mit Schillingen zahlst, oder aber mit Star Coins. Und, äh. Na gut. Ja, also ich meine, ich kann auch noch nicht einkaufen. Ja, dann fragt doch mal die Community, oder? Wie fandet ihr denn das letzte Update, und habt ihr das Gefühl, dass Star Stable immer mehr versucht, Geld einzunehmen? Genau. Also Geld einnehmen, finde ich ja grundsätzlich, ist eine legitime Sache, ne? Um Gottes Willen, ja klar. Ist schon, ne? Natürlich müssen die leben, also, und die müssen ihre Leute bezahlen und so, und ich bin die Letzte, die da auch irgendwie knickrig ist oder sowas, ne? Absolut. Ja, überhaupt gar nicht. Aber es ist so, ich hab das schon immer gesagt, sobald ich das Gefühl hätte, über den Tisch gezogen zu werden, Genau. Da ist dann bei mir einfach, ähm, weißt du, die rote Linie, und da würde ich dann sagen, nö, das will ich nicht. Hab ich jetzt bei Star Stable? Gott sei Dank noch nicht. Also ich hab noch das Gefühl, dass ich für das, was ich da investiere, auch schöne Sachen bekomme. So ist es nicht, das passt für mich alles noch. Aber ich finde einfach immer kritisch, ne? Ja, ja. Es ist natürlich auch so, was ich, was ich schön finde, muss man ja, muss ja auch mal positive Sachen sagen. Das, was neu rauskommt an Kleidung oder so, oder Zubehör fürs Pferd, sind wirklich toll gemachte Sachen. Also grafisch, es wird immer besser, es wird immer teilreicher. Aber, ja, das ist natürlich wirklich, wirklich schön, klar. Ja, auf jeden Fall, natürlich, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, ähm, ja, also doch, also das mag ich, ich mag auch die neuen Pferde, die dann so rauskommen. Ich bin jetzt dann natürlich auf die neuen Pferdefarben auch gespannt, ne, die da kommen. Ja. Das, ähm, die sind bestimmt echt hübsch. Ich, ähm, werde mir halt keins kaufen, weil New Hillcrest komme ich nicht hin und dann halt nicht, ne? Also, so behalte ich meine Star Coins, das ist nicht so schlimm. Und, ähm, ja, naja, gut. Okay, das war auf alle Fälle der Mittwoch. Ähm, für mich, wie gesagt, war halt gar nichts dabei. Jein, nein, es kam noch die Ankündigung. Auf Twitter. Auf Twitter. Falls ihr das nicht mitgekriegt habt, ihr könntet jetzt dafür voten, dass Star Stable Greenlight bekommt für Steam. Ja. Das heißt, dass man Star Stable auch über Steam runterladen kann und spielen kann. Wie findest du denn das? Ja, also ich befürchte eher, äh, nein, anders, anders angefangen. Ich glaube, denn das kam ja auch noch, die, die, der, aha, auch noch was Neues. Wir haben einen siebten Server, ne? Das war auch die Woche. Ja, genau. Ach, das war, das war der Dienstag. Dienstag kam der, ja, genau. Dienstag Nachmittag kam er plötzlich und unerwartet Blackberry Galaxy. Der Name ist cool. Ja, find ich ja. Ähm, ansonsten, gleichzeitig kam Dienstag Nachmittag, dass sämtliche Server zu sind, außer eben dem neuen siebten. Ja. Ist nichts mehr mit wechseln und wieder völlig unangekündigt und wieder ohne ein Wort und einfach nur peng. Ja. Ich hatte vormittags noch einen Server gewechselt und nachmittags hörte ich dann, ja, und jetzt ist es so und so und wir haben einen siebten. Und ich hatte nochmal, ich hatte gestreamt am Dienstag und hab nochmal, bevor ich streame, gucke ich dann immer, weißt du, ich bin so ein bisschen paranoid. Bin ich wirklich auf dem Server, wo ich jetzt ankündige, dass ich bin, nochmal schnell auf der Homepage gucken? Und da hab ich das gesehen und hab gedacht, so klatsch, was ist das denn? Und dann haben sie das dritte Mal diese Wolke als Avatar von dem, naja, gut. Ja, 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 ja. Und da, jetzt kommt der Buchen zu Steam und ich befürchte das jetzt erstmal, dass das ein Grund ist mit, also dass sie sagen, wenn jetzt die Leute dann über Steam demnächst kommen, dann sollen die uns nicht noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 überschwemmen. Die werden alle schön auf Steam, aber ich denke mal, dass viele sich das auch angucken werden auf Steam. Ne, so bis 5, also bis Level 5, wo es erstmal kostenlos ist. Ja. Und entsprechend werden wir einen irren Zuwachs haben an Leuten, die sich das mal angucken, die es gar nicht vorhaben, wirklich länger zu spielen. Ja. Sondern einfach mal neugierig sind und gucken wollen. Das heißt, warte mal ab, da kommt auch noch Server 8, ne. Das wird nicht lange auf sich warten lassen. Also, ich bin... Ach, das denke ich auch, ja. Ne, wenn man überlegt, wann kam 5 und 6, das ging ja alles recht schnell und jetzt haben wir schon 7, also das ging flott, ne. Und das ohne Steam, ne. Ja, ich bin bei Steam, also ich bin ja ein großer Fan von Steam, ne. Ich hab gerne alle meine Spiele da, weißt du, hab ich das alles unter einem Hut und ich hab die alle so schön da sortiert nach Genre und so. Und ich wär da nicht böse drum, wenn ich Star Stable da auch hätte, weißt du, wie gesagt, ich hab das gerne alles unter einem Hut. Letzten Endes verändert sich ja dadurch nichts, ne. Also, aber ich kenn natürlich auch die Steam-Community. Also, ich bin jetzt ja schon ein paar Takte länger auf Steam unterwegs und ich hab schon manche Spiele da verfolgt und ich hab schon manche Spiele kommen und gehen sehen. Mhm. Und ich weiß, dass die Steam-Community erstens mal eine sehr kritische, weil auch ältere Community ist. Ja, ja. Also, die sind einfach kritischer, ne. Und wenn Star Stable Steam betritt mit der Aussage, das ist ein kostenloses Spiel, so wie sie es machen, kostenlos bis Level 5, sagen sie zwar, aber kostenlos steht dran und das ist das, was die Leute lesen. Richtig. Und wenn die Steam-Community sich dieses Spiel runterlädt und dann nur bis Level 5 spielen kann, wird dieses Spiel in Grund und Boden gevotet werden. Tja, naja. Ob sie sich das gut überlegt haben? Ich glaube, nein. Ich denke auch nicht, nein. Ich hätte es gelassen. Du musst nicht, du musst nicht als ein Spiel, wo du erreichst, die erreichen bei Steam sowieso nicht ihr Zielpublikum. Ja, ja, denke ich auch. Ja, ich meine, welcher junge Mensch hat denn Steam? Also, ja, ich weiß, ich lese jetzt ganz viele Kommentare. Ich hab Steam, ja, ich hab auch Steam. Ich weiß, ganz viele haben das. Aber fragt mal rum, wenn ihr in eurem Club seid. Viele wissen wahrscheinlich nicht mal, was das ist. Mhm, stimmt. Ich glaube, die finden da nicht das richtige Publikum. Also sowieso nicht, ne. Also, warum? Wozu? Ja, ja, ja. Das stimmt. Und ich meine, es sind ja schon auch einige Spiele bei Steam aufgetaucht und wieder verschwunden. Wieder verschwunden. Ja, oder wie auch immer. Jeder weiß, dass Riding Out, wer das verfolgt hat, ne. War erst außerhalb von Steam und hat eine tolle Community gehabt, ist ganz viel unterstützt worden, ist bei Steam gelandet. Und die Steam-Community sagt, was ist das denn für ein Mist-Spiel? Genau. Und bam, Riding Out weg. Disney-Infinity, das gleiche. Ein tolles Spiel ist in meinen Augen tatsächlich auch nach wie vor ein tolles Spiel. Stand kostenlos dran, war aber mit Bezahlmodell verbunden, ne. Ist down-gevotet worden, bis Disney gesagt hat, nee, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten, das nehmen wir da raus. Ja, ja. Und hinter Disney sitzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld wie hinter Star Stable. Ich denke auch. Also, ich hab einfach echt ein bisschen Bammel, dass denen das das Genick bricht. Und weil das wär echt schade, weil wenn die merken, oh Gott, die Umsätze gehen zurück und wir kriegen so schlechte Bewertung, dann wird noch gewinnmaximierter gearbeitet werden. Und davor hab ich ein bisschen Angst. Das stimmt. Ja, ja, ja. Das ist wohl wahr. Aber ich meine, ne, das würde heißen, letzten Endes noch mehr Pferde, noch mehr Kleidung und, und, und. Und da ist natürlich auch die Frage, inwiefern geht die Star Stable Community da mit? Weil ich lese es auch immer wieder, ich bin ja nun so ein Facebook-Mensch, ich lese auch immer wieder, es wird immer unzufriedener bei den Leuten. Hab ich auch das Gefühl, ja. Auch die langjährigen Spieler, ne, die natürlich auch im Laufe der Zeit da echt Geld reingesteckt haben, wenn sie dann bekennende Starcoin-Käufer sind und sich das leisten können oder, ja, die Erlaubnis der Eltern oder die Unterstützung der Eltern haben oder wie auch immer, ähm, die sagen, es ist wirklich nur noch, ähm, hier kauf das, kauf ein neues Pferd, dann nochmal ein neues Pferd und kauf am besten noch, wie jetzt meinetwegen, gleichzeitig die Urpferde da standen plus gleichzeitig die Pferde aus der App kamen, ne? Ja, ähm, die Sache ist natürlich, ja, weil es ist, also, ähm, schöner wäre es natürlich, in anderen MMOs ist es so, natürlich bist du irgendwann am Ende angelangt, ne? Natürlich, klar. Und dann hast du in anderen MMOs einfach deine Dungeons und Raids und so ein Zeug, die du dann spielst. Was ja auch okay ist und legitim ist und da grindest du auch und es wiederholt sich alles und, ne, so ist es dann halt. Ja, klar. Und entweder machst du das oder du pausierst, ne, und wartest, bis neue Gebiete da sind. Richtig. Und ich glaube auch, dass der Fokus bei Star Stable momentan einfach mehr auf diese Pferde und Klamotten und so liegt, anstatt zu sagen, wir bringen jetzt einfach mal, wir setzen die Story Quest fort. Richtig. Weißt du, das wäre ja was, was die Leute motivieren würde, weiterzuspielen. Natürlich. Aber das ist natürlich auch was, wo Star Stable nichts dran verdienen würde. Genau, und so ist es natürlich, du hast das Max-Level erreicht oder du hast deine Quests und Rufquests alle gemacht, du bist soweit fertig. So, jetzt das Einzige, was du wirklich jetzt aktiv im Spiel noch machen kannst, entweder du hast einen Club, ne? Ja, und das machen sie uns kaputt, nach wie vor mit ihrer Verschieberei, denn es wird dir jetzt wieder verschoben, plötzlich bist du aus Server 7 und weiß nicht, wie du da hingekommen bist, ne? Genau. So, da machen sie es kaputt. Das Einzige, was dir dann noch bleibt, letzten Endes, ist, ich kaufe mir das eine Pferd nach dem nächsten, um zu leveln, weil was anderes kannst du ja nicht mehr machen. Leveln und Championate. Und Championate sind ja jetzt nicht so viel, ne? Ja. Dass du da irgendwie ständig was an Action hast, ne? So, also, und das ist natürlich wirklich nur, ne? Und hier kauf noch ein Pferd und noch ein Pferd, weil letzten Endes, wenn du wirklich mal alle Rennen hast und du levelst wirklich fleißig, dann hast du so ein Pferd in fünf Tagen fertig. Ja, das stimmt. Oh, ich hab mir jetzt ja bewusst ganz viel Zeit gelassen. Ich bin ja mit meinen Urpferden immer noch nicht fertig. Ja, ich auch nicht. Lange nicht. Weißt du, ist ja, ne, ich brauch jetzt der, ähm, der Prinz, der brauch jetzt irgendwie noch drei Level, glaub ich, und dann fang ich das nächste an, das brauch halt noch 15 Level, weißt du? Also, ich hab da wirklich, ich hab da auch alle Zeit der Welt, weil, wie gesagt, die nächsten Pferdefarben, die jetzt kommen, die sind sowieso wieder, weißt du, das, ähm, das Gescheckte möchte ich nicht, sieht mir zu sehr aus nach dem Mustang aus der App, ne? Ja, von daher möchte ich das einfach nicht kaufen, dann würde ich mir lieber das aus der App holen und, ähm, ja, zu den anderen komme ich eh nicht hin, das heißt, ich hab ja noch vier Wochen Zeit, also, mich stresst ja nichts, ne? Ja, aber du hast natürlich, das darfst du natürlich wieder nicht vergessen, ne, du hast ja dieses, und das höre ich auch wieder von ganz viel, wenn du mal nach Epona kommst, ne? Ich meine, gut, du bist jetzt irgendwo, wahrscheinlich ja gesetzt da irgendwo auch in der Entscheidung, aber das ist für viele grausam. Wir kommen nach Epona und auf einmal stehen da 20 Pferde, die sie toll finden. Ja. Ja, ja, und ich meine, ich hab ja nun Epona beim, beim Go Live erlebt, ich bin ja da reingekommen, da gab's ja noch gar kein Pferd. Ja. Und, ähm, dann kamen die Stück für Stück und du hast immer dann dir mal was Neues gekauft. Ja. Aber jetzt ist es ja so, der Spieler, der jetzt heute die Tore nach Epona öffnet, der wird erschlagen von Isländern, von, von englischen Vollblütern. Ja. Von den, ähm, frisischen Sportpferden, von, ähm, anderen Lipizanern, ne? Wir haben ja nur in, in, ähm, Pinta diesen einen Lipizaner stehen, der Rest steht in, in Höchstrest. So, ähm, du wüsstest, also, wenn, wenn ich da jetzt heute hinkäme, neu, ich wüsste überhaupt nicht, was ich zuerst kaufen soll. Ja, ja. Das wäre echt so ein Overload irgendwo, weißt du? Ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das bei Star Stable dann jetzt entwickelt. Jetzt bin ich erst mal gespannt, ob zu dem Update nur, in Anführungszeichen, die Pferdefarben kommen oder ob vielleicht auch was für Leute dabei sind, die dann nicht nach Epona können oder vielleicht nicht unbedingt den Checken haben. Der Pferdemarkt wird kommen, in Fort Pinta. Ja, hurra, weißt du? Ja. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Also, ich, ähm, ich, ähm, ich liebe das Spiel wirklich sehr und ich habe da echt ganz, ganz viel Spaß dran. Aber ich bin schon immer ein sehr kritischer Mensch gewesen. Bei allen Spielen, die ich so spiele, bin ich einfach immer sehr kritisch. Und, ähm, ja, bei Star Stable fängt es einfach langsam an, im Hinterkopf die Alarmglocken zu klingeln und zu sagen, ey, was machen die eigentlich da? Und nicht, weil ich das Spiel nicht leiden kann, sondern weil ich Angst habe, dass die das Spiel kaputt machen. Genau, genau, genau. Also, denn wirklich Quest, wann haben wir die letzte richtige Quest gehabt, ne? Also, da ist ja gar nichts. Die richtige Questreihe war, glaube ich, für euch oben dann, ne? Die Alberta-Quest. Ich glaube, die war relativ cool und auch ein bisschen länger. Die war, ja, genau. Das stimmt. Ich glaube, das ist so die letzte gewesen. Genau, und ansonsten haben wir nur diese Event-Quests, die sich ja wiederholen, die jedes Jahr die gleichen sind, was ja auch irgendwann doof wird. Ja, klar. Also, ich sage mal, spätestens nächstes Jahr, wenn ich es dann das dritte Mal mache, dann denke ich mir wahrscheinlich, oh, nö, lass mal. Was ja kein Problem wäre. Weißt du, andere Spiele managen das halt anders. Da hast du dann halt, da musst du halt 50 Mal irgendwie, ähm, irgendwas machen, damit du den speziellen Hut kriegst oder so. Genau. Das ist was, was bei Star Stable halt fehlt. Wenn die zum Beispiel nicht sagen würden, ja, du musst jetzt das x-te Pferd leveln, sondern sagen würden, ja, hier pro Level kriegst du so ein Herzchen, ne? Wie bei dem Valentinsrennen. Also, das müssen ja keine Herzen sein, das können ja meinetwegen auch Butterkekse sein, das ist ja schnutzpferd. Yay, Cookies! Und, ähm, dann hast du Händler, da kannst du die Sachen eintauschen. Nicht per Glück, sondern dass du dann sagst, hier, wenn du 100 so eine Butterkekse hierher bringst, dann kriegst du das und das Teil. Ja. Dann werden die Leute, du könntest denselben Content nutzen, aber die Leute werden beschäftigt. Richtig, das fehlt einfach. Na, also dieses, ja, das fehlt. Diese, ähm, Langzeitbeschäftigung, die dich auch an der Stange hält, wenn gerade keine neuen Quests da sind, sondern wo du sagst, ja, ich hab zwar keinen Bock zu leveln, aber komm schon, ich mach das jetzt, ist egal, ähm, weil ich brauch jetzt noch 10 Cookies, damit ich die neuen Schuhe kriege. Ja, und das ist was, das hast du in jedem Spiel und es fehlt in Star Stable und ich glaube, dass das echt schön wär, wenn die das noch umändern würden. Weißt, wenn man da einfach, ja, sich so Sachen, ja, für den Ruf dann auch kaufen könnte und nicht nur im Shop, sondern, ich glaub, die sollten viel, viel mehr mal die Spieler fragen, was für Ideen da so herrschen, ne? Ich mein, man kann zwar theoretisch Ideen dem Support schicken, aber bisher weiß ich nicht, ob da irgendwas groß umgesetzt wurde. Ja. Ähm, ich, ich, also ich mein, Potenzial habt dieses Spiel ohne Ende. Natürlich, ja. Da gibt's noch so viel, was man machen könnte, ne? Und auch so viel coole Ideen, die ich so aus, aus der Community und auch im Gespräch mit anderen YouTubern und sowas höre, ne? Wo ich mir dann sag, Mensch, das wäre eine coole Sache oder so, ne? Aber wie jetzt auch mit diesen, ne, diese Ideen oder so. Ja. Man könnte so viel machen und es passiert nichts. Vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht hört uns ja irgendjemand heimlich zu, Sim. Ja, genau. Also, liebe Starstable-Team, frag doch einfach mal die Community. Genau. Da sind so viele coole Ideen im Umlauf. Mensch. Los geht's. Lasst uns das Spiel nicht kaputt machen. Bitte, 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 bitte. Richtig, richtig, richtig. Ja, und wir hören uns nächsten Sonntag wieder dann mit dem Rückblick der diesigen Woche. Der diesigen Woche. Ist diesig die Woche? Diesig, ja. Wir haben März, ne? Das ist ganz diesig. Und, ähm, ja, ich freue mich schon sehr drauf und sag mal bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschau. Tschüss.